Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer ohne Jump League. Heute mal wieder. Ja. Und es ist mal wieder Minecraft. Oh mein Gott. Ja. Mal wieder Minecraft Video. Ja. Ist ja schon ein bisschen seltener gewesen bisher. Ja. Auf jeden Fall am Mittwoch kam ja dieses OPS Tutorial. Was ich sehr 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 viele gewünscht haben. Weil einfach da viele Leute wissen wollten wie ich es triebe halt. Und ich denke das haben jetzt einige. Erfahren. Und dann gestern Abend. Ähm. Gestern Freitag. Hierzu normalerweise. Ähm. Kein Video jeweins. Und es kam jetzt doch. Doch. Ich habe einfach so nach dem gestrigen Stream. Noch so. Clicker-News halt gespielt. Ja. Und da dachte ich. Ach komm. Ich nehme jetzt einfach mal eine Runde auf. Und ich werde jetzt einfach mal wissen. Wie das so bei euch ankommt. Und äh. Ja. Das habe ich gemacht. Und. Ähm. Ja. Ich war teilweise ein bisschen überrascht von Reaktionen. Aber. Ähm. Im Nachhinein. Und ich darüber nachgedacht habe. Kann ich die Reaktion haben. Weil ich schon verstehen aufs Video. Weil ich meine. Ähm. Ich glaube etwa. Zehn Leute oder so haben mich de-abonniert. Nachdem ich das Video hochgeladen habe. Weil einfach. Die Leute sich das Video nicht mal angeschaut haben. Wahrscheinlich. Denn viele haben einfach gedacht. Ähm. Jo. Es ist was anderes als Minecraft. Jetzt. Ähm. Bringt Mutti sicher kein Minecraft mehr. Minecraft Mutti wegen Minecraft abonniert. Und alles andere interessiert mich nicht. Kann ich verstehen. Kann man so machen. Ja. Ähm. Auf jeden Fall. Wer sich das äh. Clicker-News Video von gestern nicht angeschaut hat. Es ist ja. Ich habe ja im Video ganz ganz klar gesagt. Ich werde Clicker-News nur bringen. Fanden sie es auch wirklich wollt. Und es hat wirklich. Es hat insgesamt zwei Leute gegeben. Zwei Leute gab's. Ähm. Die in die Kommentare geschrieben haben. Ne. Mach's nicht. Du bist ein Minecraft-Kanal. Und die haben. Ähm. Echt. Äh. Oh. Da kam ich zwei Leute. Jo. Okay. Ich nehme auf. Ja. Ähm. Und ja. Die Leute haben auf jeden Fall recht damit. Ich bin im Minecraft-Kanal. Und warum soll ich jetzt auf einmal noch ein anderes Spiel bringen ans Minecraft? Hehe. Also. Ähm. Ja. Ich kann die Leute auf jeden Fall verstehen. Aber. Es gab dann einfach wieder die anderen Leute. Du siehst. Na. Oh nein. Oh. Okay. Ähm. Es gab dann die anderen Leute wieder. Die einfach gesagt haben. Ja. Also. Ich kenne das Spiel nicht. Aber. Es sieht geil aus. Und ich würde es gerne von dir kennenlernen. Multi. Davon gab es echt sehr so viele Leute. Und ich habe auch noch gefragt. Ja. Ob ich denn einfach so weiterspielen soll. Oder ob ich das Spiel von neu beginnen soll. Dann. Wirklich. Alle. Alle Leute. Die ihr und das zu klicken. Oder es geschrieben haben. In die Kommentare. Haben alle geschrieben. Ja. Bitte beginn neu. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Weil ich denke. Damit kann ich euch auch am besten zeigen. Oder erklären. Wie das Spiel geht. Wie man das Spiel spielt. Und so weiter. Und äh. Ja. Ich glaube. Das werde ich auch tun. Also. Jetzt ist aber natürlich zuerst mal noch die Frage. Ja. Mutti. Spielst du nicht überhaupt Clickerhues? Und äh. Es ist so. Ich bin im Minecraft Kanal. Ja. Das ist wichtig. Und das wissen auch viele. Ich bin im Minecraft Kanal. Und das möchte ich auch bleiben. Und es wird sich auch überhaupt nichts verändern. Ich meine. Es wird in Zukunft weiterhin. Äh. Am Mittwoch um 18 Uhr. Und am Samstag und Sonntag irgendwann zwischen. Ähm. Zwölf und 18 Uhr ein Video kommen. Wo es um Minecraft geht. Ja. Und. Es wird einfach auch zusätzlich. Clickerhues kommen in Zukunft. Ja. Weil. Echt. Ähm. Ich glaube. So wie ich ja immer gesagt. Also. Nö. Bring das. Bring das bitte nicht. Oder so. Hat eigentlich niemand. Und ich meine. Wenn. Die Videos dann halt auch Dislikes kriegen. Oder. Wenn mich Leute deshalb deabonnieren. Und ich habe da kein Problem damit. Weil. So lange es Leute gibt. Die das Spiel feiern bei mir. Wäre ich es auch bringen wahrscheinlich. So. Dann. Ähm. Ist natürlich auch noch so. Ähm. Und was hat mir auch ganz wichtig. Ist. Oder was ich halt auch im Video angesprochen habe. Falls es Leute gibt. Die halt Clickerhues nicht mögen. Dann müsst ihr euch ja Clickerhues auch gar nicht anschauen bei mir. Na. Und dann nicht einfach nur. Das Video disliken. Aber eben. Ich werde Clickerhues ja nicht. Zu einer festen Zeit bringen wahrscheinlich. Minecraft kommt ja immer. Wie gesagt. Mittwoch 18 Uhr. Ähm. Und halt. Samstag und Sonntag. Zwischen 12 und 18 Uhr. Ähm. Ja. Das ist die Zeit wann Minecraft kommt. Die Zeit wann Clickerhues kommt. Die ist total verschieden. Es kann auch sein dass ich mal eine Woche. Gar nichts von Clickerhues hochladen. Es kann aber auch sein dass ich einfach mal. Eine Woche lang jeden Tag. Nur Clickerhues hochladen. Das äh. Ist ja ganz wichtig. Und eben. Ich meine. Es ändert sich ja nichts in dem. Im Prinzip am Kanal. Sondern es wird dann einfach. Etwas zusätzliches noch dazu kommen. Denn ich habe jetzt noch eine Woche Schule. Also noch nicht. Noch drei Wochen Schule eigentlich. Und äh. Ich habe aber nur noch diese Woche irgendwelche Prüfungen. Und den Rest vom Schuljahr ist egal. Weil ich habe eh so gute Bestandes Schuljahr. Von dem her. Ich kann nicht mehr viel verkacken. Und das heisst auch. Ich habe. Ich kann ja ein bisschen mehr. Zeit in YouTube investieren. Kann wahrscheinlich vielleicht auch wieder mal bald mehr Videos machen. Ähm. Was ich auf jeden Fall auch gerne tun würde. Und eben. Das heisst. Es ändert sich nichts. Es bleibt alles so wie es ist. Es kommt nur etwas zusätzliches dazu. Was sich halt Clickerhues nennt. Und es wäre auf jeden Fall schön. Wenn das. Ähm. Einige Leute verstehen würden. Da wäre ich euch echt sehr sehr dankbar. Und holy shit Leute. Ich habe diese Stage gerade zum aller aller ersten Mal geschafft. Ja. Ich habe die noch nie geschafft. Diese Stage. Und jetzt habe ich sie. Hey. Ich bin zufrieden. Gut. Ähm. Ehm. Das ist dann einfach so etwas. Und eben. Wer Clickerhues nicht mag. Oder wer sich für das Spiel nicht interessiert. Ja. Dann schaut es euch doch einfach nicht an. Das ist halt auch so. Etwas was mir ganz ganz wichtig wäre. Weil ich möchte einfach. Und auch wieder mal. Äh. Bisschen Abwechslung haben zwischendrin halt. Immer nur Minecraft. Kann man schon machen. Kommt ja grundsätzlich auch gut an. Hätte ich theoretisch auch so weitermachen können. Aber. Ich wollte einfach. Ich persönlich damit ich sage. Ne. Ich spiele nicht nur Minecraft. Ich spiele auch andere Dinge. Wie ich einfach. Etwas Zeit ist. Außer Minecraft. Auf YouTube bringen. Ja. Und eben wie gesagt. Es ändert sich nichts. Es bleibt alles gleich. Es gibt nach wie vor. Drei Minecraft Videos. Pro Woche. Es kommt einfach Clickerhues dazu. Und wer das Spiel. Äh. Scheisse findet. Dann muss ich es auch nicht angucken. So. Das habe ich einfach gesagt haben. Ich hoffe. Ihr versteht das. Und jetzt. Ist auch schon ein Deathmatch. Und man sieht. Ah. Die Kissen gehen ja leider nicht mehr. Aber der Gefühl ist auf jeden Fall. So. Mal sehen. Ich gucke es einfach. dass ich und ein paar Leute töten kann. Die vielleicht ja. Bisschen low equipped sind. Ich weiß jetzt nicht. Ich versuche einfach mal irgendwas. Ah ja. Gut. Meine Ausrüstung. Könnte besser sein. So können den kriegen. Dann nur eine Holzsatz. Das geht. Das nicht. Oh ja. Komm. Nicht. Fuck. Aber der ist low. Der ist sowas von low. Den hole ich mir jetzt. Ich glaube. Es geht ja nur hier runter. Ich weiss gar nicht wo es ist. So. Den hier holen wir. Oh. Der. Das war mal abgestaubt. Äh. Ich glaube der war hier hinten. Kann das sein? Weil der hatte bestimmt auch nicht mehr als ein oder zwei Herzen. Da hatte er schon Glück. Aber er hat dann einfach bessere Rüstung. Oh. Hier ist einer. Okay. Na du. Das ist auch bessere Rüstung. Oh. Shit. Oh. Fuck. Na ich habe einfach keinen Platz auf meinem Mauspad. Für sowas. Ich brauche einfach mehr. Mehr Fahrrad. So. Da haben wir ihn auch. Und jetzt kommt er. Jetzt staubt er mich auf den ich vorhin abgestaubt habe. Ja okay. Dann ist wieder alles fair. Oh. Hier ist einer. Oh. Der ist ein Dfk zu sein. Okay. Oder doch nicht. Ich weiß gar nicht. Na gut. Ich habe jetzt drei Leute getötet bisher. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Da schreibt einer, dass dieser Hex hat. Dieser Andy. Der hat eine Gefilderstatt am Ende. LOL. Oh. Aufpassen. Da kam gerade noch ein anderer dazu. Hat es noch einer eingemischt in den Kampf? Ja komm zu gut. Keiner hinterher. Okay. Schön vorsichtig bleiben. Ja. Ich habe es nicht jetzt einfach mal. Letzt du hoch. Ja. Ich denke schon, dass das hochladt. Ja. Okay. Gut. Ich kann nicht zweimal die Ausschreiben. Schade. Na egal. Na gut. Doch. Ne. Meine Ausrüstung könnte besser sein. Dafür, dass ich bis. Bis. Noll. Der lag. Dafür, dass ich bis Stage 7 kann. So. Der werde ich jetzt eh töten. Außer ich gehe hier raus. So. Doch. Was war das für ein mega lag gerade? Na. Habt ihr gesehen? Da stand auf einmal. Da ist wahrscheinlich der respawned und dann war er auf einmal direkt bei mir. Auf einmal einfach direkt da. Okay. Da kommt man nicht nach. Das ist gut. Aber jetzt kommen da gar nicht zwei. Kann sein. Ah. Hier unten. Okay. Und jetzt ist der der Finisstadt. Bleib weg. Ah. Ich habe eigentlich nur noch ein Leben. Na. Oh man. Ich will dieses Leben retten. Ich muss was essen können hier und wie mal. Okay. Gut. So. Mich sieht niemand. Mich sieht niemand. Aber dieser Unday. Der gefinisht hat ja dann immer noch seine drei Leben. Und ich merke gerade wenn ich jetzt so ein bisschen in den Robo Audition rübergucke. Wo meine Audiospiel drin ist. Da werden die ein bisschen leiser geworden bin jetzt gerade mitreden. Warum auch immer. Aber ich meine ich habe das Thema vorhin angesprochen. Das war mir schon sehr wichtig. Das sollt ihr das verstehen. Wie gesagt. Um es doch mal zusammenzufassen. Es ändert sich nichts. Es wird hauptsächlich Minecraft hier bleiben. Einfach ab und zu kommt eine Folge Clickerhues. Einfach so dazwischen. Und ja genau. Das war auch noch ganz wichtig. Was ich jetzt fast vergessen hätte. Alle haben geschrieben. Ja. Alle haben geschrieben. Ich soll neu beginnen. Und das werde ich auch tun. So. Und jetzt ist ein Money One. Alles klar. Also ich werde neu beginnen mit Clickerhues. Ach das ist schon angesprochen. Ich weiß gar nichts. Ich habe keine Ahnung. So Munzi. Gut. Alles klar. Da vorne ist er. Ich werde neu beginnen. Und dann wahrscheinlich auch halt auch. So viel wie. Lol. Wie nennen wir das Zeug geben. Ach so gut. Es ist ja Team so auf. Na. Stimmt. Ich bin in dem Team so auf. Dann gern. Fällt mir auch jetzt erst auf. Gut. Ich muss es schwer tauschen. Okay. Einfach schwer tauschen. Okay. Go. You're sending messages too fast. Kim ich zweimal. Okay. Okay. Oh man. Ah. 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 Also ich vielleicht dann ja aus. What the fuck. Gut. Also ich werde wahrscheinlich fair machen. Also gut. Du fandest du dieses Video süßt. Ohn. Andei. Ohnei. Ich weiss gar nicht. Äh. Ja. Schreiben. Schreiben nicht den Kommentar darunter. Ja. Nochmal. Hahaha. Ah ja. Netter Dude. Ah ja. Äh. 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 Okay. Ich stelle jetzt einfach so. Wie ein Load auf. Böhm. Okay. Gut. Jetzt habe ich Regeneration. Na. Ich habe gar keine Regeneration. Go. Ja. Okay gut. Jetzt geht es ernst Leute. Er hat eindeutig bessere Rüstung. Und er hat eine Angel. Und ich nicht. Aber wie der mich fertig macht alter. Dede. Dede. Ah ne. Nice gemacht. Und der TB PvP ist auch noch dabei. Der hat auch noch bis zum Schluss gewartet. Jetzt mal 10. Wie sind meine Stats? Immer noch ungefähr gleich. Aber ich bin auch relativ zufrieden damit. Ein Zweitlad hoch. Jo. Mach. Dich. Gleich. Hahaha. Gut. War auf jeden Fall echt eine nice Runde. Ähm. Und wie gesagt. Ich konnte das Thema einfach in Klick-Odios ansprechen. Weil. Es hat mich schon teilweise ein bisschen überrascht. Ich habe das Video hochgeladen. Direkt de-abonnieren. So 10 Leute oder so. Ähm. Na. Das sind einfach Leute. Die das Spiel oder das Video wahrscheinlich nicht einmal gesehen haben. Äh. Wie gesagt. Das bringt ja eigentlich. Es gibt ja eigentlich nicht mal einen Grund. Sag jetzt mal an. Zu de-abonnieren. Weil. Es ändert sich ja nichts. Es gibt nur was zusätzliches. Das was ich einfach gesagt habe. Und ich wünsche euch. Nach wie vor. Spiel. Spiel Spaß. Spiel Spaß. Ne. Viel Spaß. Ähm. Auf meinem Kanal. Und. Äh. Ja. Wir sehen uns dann morgen. Am. Um 8 Uhr morgens. Wieder am Live-Send wenn ihr Bock habt. Und. Ja. Bis dann. Macht's gut. Bis dann Leute. Bis dann Leute. Bis zum nächsten Mal.